Wunderschönen guten Tag, du bist auf dem Shop. Das heisst du bist auf dem Shop angekommen, wo ich alles anzubieten, was mir im Leben hilft und was ich clever einkaufe. Ich bin Einkäufer beim Outlet King. Das heisst immer sehr preissensibel auf alles, was du kaufen kannst. Im Bereich Hauptsächlich Sport, Kleider, Textil, aber durch das ganze Know-how, das ich sammeln durfte. Ich kann auch extrem von vielen Erfahrungen profitieren. In anderen Produkten, sei es Deo, Kaffee, Lattee, Zahnbersta. Du kannst es hier im Abo bestellen. Mich hat immer gestört, ich habe Zahnbersta gekauft, ich habe Dusch gekauft und ich weiss nicht was alles gekauft. Und nie dann kann oder immer dann leer sein, was ich eigentlich auch brauchte. Darum habe ich gesagt, ich mache mir hier einen Shop, alles was mir in meinem Leben hilft, die ich eingekauft habe oder die ich auch selber kaufen kann, die ich euch anbieten. Also, jetzt schlagen und wenn du irgendeine Frage hast, melde dich einfach. Das ist ein kleiner Shop, wo teilweise vielleicht Fragen können auch aufkommen. Und darum bin ich ja da. Du findest meine WhatsApp-Nummer unten in den Kontakten. Und dann kann ich das blögelchen. Dann kann ich das malpflöd in den Knutナal.